Ich habe gerade ein Auto hier gehört, aber ich glaube da ist jetzt eh gefahren. Und da hinten explodiert irgendwas. Ich hab ja eigentlich alles. Oh, ich seh was rumfahren. Ja, ich hab noch ne Titan mit. Der fährt hinten auf ne Hügel knapp 270 Grad. Oh, leck. Ziemlich weit weg. Oh, der ist stehen geblieben. Der Offroader? Ja, der Offroader. Mit dem MG hinten drauf? Ja, aber da ist keiner mehr drin. Warte kurz. Hast du ihn im Visier? Ja, ja. Es piept schon die ganze Zeit. Mein Ohren tun will. Ich sag dir, wenn du feuern sollst. Au, ich kann's nicht mehr aushalten. Okay, dann... Feuer. Ne, 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 die darf man nicht verschenken. Warte mal im Visier. Sag, wenn er losfährt. Ja, er fährt... Er könnte wieder losfahren. Visier an. Er ist nämlich direkt am Auto. Kann schießen. Sofort. Ja, schieß, schieß, schieß. Der fährt. Mir fährt er nicht, what the fuck. Doch, 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 doch. Mach. Das war der falsche. Echt jetzt? Ja. Ich dachte... Ey, das war auch ein Offroader mit MG. Der ist auch auf dir gleich Kratz, Alter. Noi. Hä, wo ist denn der? Warte, ich... Wo ist der von den du meinst? Äh, der grüne link... Äh, der grüne bergt links von uns. Nicht so weit entfernt. Ach, der. Ja. Von mir aus war der... 260 Grad. Ich hab 90K mit. Ich hol mir... Ne neue Titan. Ja, lass mal die Kisten dann irgendwie ein bisschen weiter wegtragen, bevor hier irgendwelche im Mörser wiederkommen. Ja, ich nehm die, äh, graue. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Tududududu tudu tududududududu tudududududu tis. Lala- laala-lala-lala-lala-lala- Éh, Äh, äh. Bist du mir bitte sagen, was das war? Das ist immer noch der Mörser, aber ich frage mich warum der direkt... Das ist nicht so direkt Mörser, also... Ich glaube das ist... Ja... Ja, du hast recht. Digga, sag mir bitte wo die ist. Die hat nur mich im Visier gerade. Die ist richtig weit weg. Es ist mir egal, ich will wissen wo die ist. Keine Ahnung, es kommt Richtung... wo ist das? 240 Grad? Irgendwie so in dem Dreh. Bin ich irgendwas auf der Map angezeigt? Nein, natürlich nicht. Alter... Ich dachte nur warum der Mörser so gut trifft. Ja, ich glaube direkt... Alter... Du musst richtig die Schüsse hierher fliegen. Hä, aber wo? Da ist eine Limousine die da gerade gefahren ist. Hallo? Da... da... Da ist ein Panzer. Ja... Oh ja, der ist weg. Zwei Titels... Ich kann ihn nicht anvisieren, was ist hier? Ich kann ihn auch noch nicht anvisieren. Ich... Wir müssen aufpassen wegen der scheiß Limo. Ja, wo ist die hin? Die fährt gleich... Die fährt gleich auf uns zu. Die kommt jetzt gleich hier vorne über den Hügel. Naja, das denke ich nämlich auch. Ich hab die gerade kurz gesehen. Ja, ist er sogar. Ja, ist er sogar. Die ist schon weiter rechts? Ja. Da oben! Da oben ist er... Oh! Ich kann nicht anvisieren! Ich kann nicht anvisieren! Der ist auf jeden Fall down. Jetzt bleibt nur noch der Tank. Ich kann den Tank nicht anvisieren. Du musst schießen und direkt drauf gucken. Oh! Oder so. Er ist down! 1 0 Oh, ich hab's! Alter, ich hab grad noch nichts. Schieß nochmal drauf! Schieß nochmal drauf! Jawoll! Ich hab grad richtig... Das ist einer von dem Clan! Oh fuck! Oh Gott! Oh Gott! Da kommen sie! Da fährt ein... Die fahren da ja! Ich fick die! Die haben das Money bestimmt mit! Ich kann ihn nicht anvisieren! Warum? Ich aber, ich aber, ich aber! Ich kann nicht... Ich kann irgendwie nicht anvisieren! Hier schießt irgendwas! Denk ich jedenfalls! Ich hab grad das Klang nach LKW oder so! Simon! Alles gut? Ja! Naja! Ich schieße! Gut, dass er hier desügt! Egal, ich hab einen! Ich hab noch ein, zwei Granaten! Von Werfgedöns hab ich nichts! Ja! Alles klar! Alles klar! Weißt du das Fahrzeug noch? Ne, ne! Ich hab hier nichts mehr gesehen! Fuck! Ich hab noch 64k bei mir, Alter! Könnt ihr wieder Titans für uns kaufen! Wenn du runterkommst! Oh! Ja! Ich hab... 34! Äh, zwei! Er hat auch 34! Ist noch einer? Ein Ghillie? Hast du ihn getötet? Weiß ich nicht, weiß ich nicht! Glaube nicht! Doch, doch! Ist down! Beim Gunstore ist niemand mehr! Ne, ne! Den hab ich getötet, den einen! Guck mal! Da ist, äh, der Typ! Der Creeptyp hatte wirklich das Geld! Wir müssen da ganz schnell hin, Alter! Der Typ ist nicht zu früh! Der Typ ist schon mit ihmregeln. Der Typ ist als ziv. Der Typ ist nicht für gar nicht! Bei GTA Online war das geil, da wo die Panzer richtig hoch fliegen. Nein, nein, oh! Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann.